so leute wir sind an dem punkt die sonne geht wieder auf der blutmond geht unter wenn ich mich nicht ganz stäusche warte es ist ja so ja im westen herunter haben sie gut gemacht haben sie an alles gedacht diese blöße würde ich mir nicht bieten wollen bitte ich mir lieber die sicher intelligent jetzt kann ich wirklich alles unter baum ersetzen nein 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 angelic feather richtig nice so jetzt ist der scheiß endlich weg und jetzt werde ich hier mir einfach paar bäume fällen und mir von dort das holz besorgen oh eine karotte ich geh mich jetzt umbringen und 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 ich habe den raum mein lager so schnell geht das das sollte ich jetzt vielleicht nicht abbauen mir ist bestimmt ein besserer zugang genau und jetzt kann ich auch unter meine folge ist zu ändern ok leute wir sind beim nächsten mal tschau w w w w w w w Vielen Dank.